Hallo liebe Loro-Pike-Freunde, die beiden Loro-Pike-Fundations-Botschafter Frank Elstner und Dr. Matthias Reinschmidt melden sich hier von der Insel Bimini auf den Bahamas. Wir sind wieder in Sachen Artenschutz unterwegs. Diesmal geht es über... Es geht um und über die Haie und Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie mutig Dr. Reinschmidt ist. Gestern ist er sogar mit einem Hammerhai gemeinsam geschwommen. Ja, aber nicht nur ich bin mutig, auch der Frank Elstner ist mutig. Denn wir beide setzen uns für den Artenschutz ein und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir hier senden von den Bahamas. Wir müssen uns für den Meeresschutz, für die Haie einsetzen, dass die auch ein langfristiges Überleben haben. Ja, und da können wir nur hoffen, dass jeder, der mit dem Loro-Park zu tun hat, diese Vorschläge aufnimmt und sich weiterhin informiert, was ist das Beste für die Haie, denn das ist das Beste für uns. Denn Artenschutz steht an erster Stelle. Tschüss! St�!! St�!! St... Untertitelung des ZDF, 2020